Künstliche Intelligenz ist inzwischen in vielen alltäglichen Anwendungen zu finden. Sprachgesteuerte Assistenten erleichtern die Dateneingabe und Ausgabe, KI-Systeme übersetzen Texte, automatische Einpackassistenten verhindern Blechschäden und einfache Fragen im Kundenservice werden von KI-basierten Chatbots beantwortet. In Deutschland sind etwa 220 KI-Universitätsprofessoren an nahezu jeder deutschen Universität tätig. Die universitären KI-Lehrstühle beschäftigen insgesamt etwa 1800 Mitarbeiter und fokussieren sich auf Teilgebiete wie Suche, Logik, Planen, Wissensrepräsentation, probabilistisches Schließen, maschinelles Lernen, Natural Language Processing, Computer Vision und Robotik. Neben den Universitäten sind auch Forschungseinrichtungen wie die Max-Planck- und Fraunhofer-Institute, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz an der KI-Forschung beteiligt. Am 15. November 2018 hat die Bundesregierung Deutschlands eine nationale KI-Strategie verabschiedet und von 2019 bis 2025 eine Summe von 3 Milliarden Euro für Investitionen in die KI-Forschung und Entwicklung bereitgestellt. Damit will Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit sichern und zu einem weltweit führenden Zentrum der KI-Forschung werden, KI verantwortungsvoll zum Wohle der Gesellschaft einsetzen und KI in ethischer, rechtlicher, kultureller und institutioneller Hinsicht im Rahmen eines breiten gesellschaftlichen Dialogs und aktiver politischer Maßnahmen in die Gesellschaft integrieren. Die Wertschöpfungspotenziale durch KI-Anwendungen sind enorm. Unternehmen können nicht nur die Effizienz ihrer Produktionsprozesse steigern, sondern auch ganz neue Dienstleistungen, Produkte und Geschäftsmodelle entwickeln. Der Energieverbrauch in Anlagen und Gebäuden kann durch intelligente Systeme reduziert werden. In allen Branchen und gesellschaftlichen Bereichen werden zukünftig mehr und mehr KI-Komponenten in allen Stufen der Wertschöpfungsketten eingesetzt. Um die Potenziale der KI für Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar zu machen, bedarf es qualifizierter Fachkräfte und eines offenen Innovationsklimas. Die Bundesregierung hat mit ihrer KI-Strategie Weichen für die erfolgreiche Entwicklung und Anwendung künstlicher Intelligenz in Deutschland gestellt. Die Bundesregierung hat von 2019 bis 2025 eine Summe von 3 Milliarden Euro für Investitionen in die KI-Forschung und Entwicklung bereitgestellt. Diese Investitionen sollen in den Aufbau einer KI-Supercomputing-Infrastruktur, die Schaffung von KI-Servicezentren für den Mittelstand und die Entwicklung von KI-Modellen auf Basis von europäischem Datenschutz und europäischer Regulierung fließen. Die Bundesregierung unterstützt auch den Aufbau von KI-Lehrangeboten und Qualifizierungsmaßnahmen. Ein Beispiel dafür ist der kostenlose Online-Kurs Elements of AI, der einen niedrigschwelligen Einstieg in die künstliche Intelligenz bietet. Die internationale Zusammenarbeit ist ein wichtiger Aspekt der KI-Forschung und Entwicklung in Deutschland. Die Zusammenarbeit mit anderen Ländern und internationalen Forschungseinrichtungen ermöglicht den Austausch von Wissen und Erfahrungen, die Entwicklung gemeinsamer Standards und die Nutzung von Synergien. Die Zukunft der künstlichen Intelligenz in Deutschland hängt von verschiedenen Faktoren ab wie der Verfügbarkeit von Rechenkapazität, der Entwicklung von KI-Modellen auf Basis von europäischem Datenschutz und europäischer Regulierung, der Förderung von KI-Forschung und Entwicklung sowie der Qualifizierung von Fachkräften und der Schaffung eines offenen Innovationsklimas. Weiteres finden Sie auf meiner Seite. Der Link ist gleich unterhalb dieses Videos zu finden. Mit freundlichen Grüßen von dpt5 und Jörg-Uwe Schneppert.